Yay! Gib, 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 gib! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu Multiplayer vs. mit dem Ganesha. Hallo Ganesha. Und mir dem... Oh nein, was? Hallo. Ja, hallo. Und, ähm... Und dem David. Huff... Stone. Huff... Stone! Ja. Äh, Tavern Brawl. Job done. Man hat ein paar Zauberbrüche und hauptsächlich Unstable Portals auf der Hand, bla bla. Ähm... Das jetzige Karten für die Auswahl. Ja. Ja, ihr seht, ich habe nur beiden Karten, damit das ein bisschen cooler zum angucken ist. Also ihr seht meine und seine Karten. Tja. Wir machen ein Best of Three, haben wir gesagt, ne? Ja. Och geil. Also das echt... Äh... Kacke. Äh... 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 Das hat mich ja nur gefüllt. Äh... Nein, das kann ich den doch nicht spielen, du... Äh... 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 Wenn ich meine Münze schon so früh ausgebe und die dann doch später noch gebrauchen könnte. Äh... 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 Nehmen wir doch direkt mal... Äh... 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 Doch... Sieht okay aus, würde ich behaupten. Bisher... Das war nicht gut, aber okay. Ich sag mal zu. Mal aufhören in meine Face reinzugehen. Nein. Alter, wieso? Ich brauche doch immer meine Münze noch, ey. Immer. Immer wenn ich die am Anfang schon ausgebe, ey. Das nehmen wir doch direkt mal dankend an. Äh... Äh... Oh, ich habe nicht gedacht. Oh, ich habe nicht gedacht. Oh, Mann, ey. Scheiße, Dreck, ey. Äh... Machen wir dazu. Und machen wir den weg. Weil das du eine Karte kriegst. Alter geht mir dieser Schattengeist auf den Keks, ey. Oh, 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 ey. pigpen selbst. So, ey. Verdammens. Ich hab jetzt weggezogen. Was machst du immer steuer, als geht's durch mein lequel? movements sind nicht die plumbing und die verhälter Vietnam care nicht. Und nicht die hervorbergreifelifelungsten. Spacko, Alter. Boah, wie ich den hasse. Ja, natürlich. Ist klar. Da bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Und wieder habe ich einen Coin zu wenig. Ist unfassbar, Alter. Sechs Schaden kann ich mir gerade leider nicht leisten. Oh, das ist aber cool. Das ist aber cool! Ja, natürlich. Ist wieder typisch, ey. Dieses Spiel benachteiligt mich wieder. Aber das kennt man ja. Das schneiden wird es interessant zu sehen, welche Karten du hast. Mhm. Bist du kaum mehr als Portale sehen bei mir. Ja, aber bin ich ja auch. Ja, aber nicht viele. Was war jetzt nicht so sinnvoll, aber pfff. Ach so. Äh, Inspiration. Äh, jäh. Geht so. Der Zug. Ich war eigentlich voll dämlich, dem den Mutantweil zu bilden, Alter. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ja, ist klar, natürlich. Oh, schuhe, Alter. Halt's Paul, Alter. Ja, ist so klar, Alter. Ohne Spaß, ey. Oh. Ork, Mage, Antonidas. Ah, ich glaube, das ist vorbei. Ich kann nicht mal mit diesem Kack-Feuerballon-Quart anfangen. Aha. Aha. Sie liebt mich nicht, sie liebt mich doch. Aha. Ach. Aha. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Jetzt mach mal hin. Dann wird die Folge immerhin nicht ganz so lang. Ja, wir werden nicht mehr als drei Spiele spielen können, weil mich dieses Spiel bei sowas immer benachteiligt. Äh, also bei solchen Sachen krieg ich immer schlechte Karte als der andere. Das ist einfach unfassbar. Äh, sind wir nächstes Mal wieder an. Ja, schlauch. Gerasch vs. Valera. Ach, nee, nicht gar wohl. Ja, mit dem wunderschönen Rotten. Geht's um die zweite Wand. Wieso krieg ich eigentlich am Anfang keine Zauber, ey? Das kotzt mich richtig an, ey. Verpisst euch, ihr scheiß Portale. Ja. Oh, so viel besser. Ui, geil, uuuuuh. Ach, ja. Das muss... Warum darf ich überhaupt anfangen? Ich will den Keun haben. Und ich ja eben so leichtfertig verschwendet habe. Voll nicht. Ich hätte sollen, scheiße. Ich habe nichts und ich hätte sollen. Ich bin schlauen. Ah, ja. Oh, ein Portal. Das ist ganz leidisch. Dass er sich nicht haben, musste ich jetzt. Das war nicht so klein. Ah, ja. Und noch ein Portal, ey, krass, Alter. Ich habe hier Sachen, die bekomme ich sonst nie. Boah, jetzt kriege ich die. Willst du mich eigentlich veräppeln? Komm, close, und hör. Ich hätte die eben gebrauchen können, eben wo ich ein Mech hatte. Aber jetzt nehme ich nicht an, dass ich nochmal ein Mech bekomme. So was bessere Sachen geben kann. Es geht doch schon nicht, dass du deine vier Dreier liegen hast. Das gefällt mir nicht, David. Geil. Kann ich schon leider jetzt noch nicht brauchen. Schon wieder eine Mech-Karte, ey. Das gibt es doch nicht. Aber jetzt bekomme ich wahrscheinlich nie wieder irgendeinen Mech. Ich habe wirklich so viele Useless-Karten auf der Hand, das ist unfassbar. Was? Ja, bringt jetzt nichts, aber ich wollte ihn trotzdem spielen. Was? Ja. 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 Egal ob ich jetzt angreife oder nicht doch bringt mir total viel Moment funktioniert das? Nein Boah ich bin so dumm Hey die hätte ich gerne Ne gar nicht Ich dachte ich wäre Jäger Was ist das bitte für ein useless Scheißdreck? Ja das geht hier noch einigermaßen Aber Erstmal ausrasten Ja es ist wahr alter Geht hier um Leben Boah das ist alles scheiße Also wenn man sich das recht überlegt Das ist ja eigentlich ganz gut Es ist aber so es ist alles scheiße Darf nicht wahr sein Ohne dich ist alles doof Schule doof Aber doof Sex doof Müller mal doof Alles doof Fipfipfipfipfipfipfipfip Alles klar Hey Ach Gott Moment Eins Sei Du Ja komm Eins Zwei 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 Schicki Schicki Zwei 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 ja auch das alles kacke in das gibt es ja sicherlich Ok jetzt auch fertig alter oh mein Gott Ja superlot was machst du denn du zur Kabine im Butt Boah, ich krieg die doch alle nicht weg ey, das ist unfassbar Ja, du hast keine Diener im Deck Nur Portale Nee, lustig, lustig, tralala Boah, kurz nachher hab ich die Karte hier nicht gespielt, Alter, das wäre mir jetzt echt zu Verhängnis geworden Mann ey, warum hast du hier nicht gespielt? So, nicht den mal weg, Aua Raucht ja da, schrecken wir ihn doch nicht Sein Kind Sein Kind glitzert ATTENTION Boah, das gibt es nicht, Alter Lol, du hast genauso viel Leben wie ich rüchte, voll geil Woah Ah, du hast dich in der Karte Oh, du hast dich in der Karte Ja, du hast dich in der Karte Oh Ja super G Das war tatsächlich relativ nice Die zwei eigentlich gerne Geiles Vermattelt Was kann ich denn noch machen Ich liebe diese Waffe gerade Vielen Dank, Alter Ohne Spaß Ähm Machen wir das doch so Dann machen wir den weg Also ich muss sagen Fand ich gar nicht mal so unknorkel Das mit dem gesichtslosen Manipulator Am Arsch, Alter Ist klar Mhm, Froschur Alter, wie übertrieben Die ist so scheiß Fickskarte, Alter Obwohl ne Unverschämtheit Leucht Damit hab ich jetzt auch Fuck Oh Heißt Oh 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 Geilomatico! Moment! Ich muss sie! Ähm... Oh! Ganz schnell! Oh, was wird das nicht passiert? Puh! Kannst du eigentlich noch reden, mein Herr? Ja, 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 ja. Ah, konzentrieren, ja. So, dann wollen wir doch mal... Moment, wovon habe ich denn jetzt nochmal Überladung von dem? Ähm... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Geil, äh, hab ich das doch noch rumgedreht, ey. Ich hab das eigentlich schon für verloren gemacht. Also, es ist teilweise echt krass in Hauston, bis ich die Dinger noch drehen kann. So, Finale, sagst du? Na? Jetzt geht's um alles hier schon wieder. Ich glaub's nicht. Wir finden wirklich. Oh, ne, nicht Jaina, bitte. So. Na, immerhin darf ich anfangen. Na, ich fang ab. Äh, ja, mein ich doch, ich hab'n Kollen. Hehehehe. Sagen ich immer, nein, ich sag' nix. Ja, 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 ja. Oh. Oh. Alles klar. Toll. Tolle Karte. Vorbringst du mir viel, alter. Ja. Oh, auch so sieht. Oh. 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 Wird ja schon wieder super an, diese Scheißspiel. Okay Das ist okay Alles klar Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und dann wollen wir mal nice, wenn sowas 0 Mana kostet, das finde ich tatsächlich sehr angenehm. Muss ich jetzt leider machen. Kannst du mir wieder zu viel Schaden drücken. Was? 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 Das war's für heute. Das war eigentlich ein Symbol. Hätt ich noch machen wollen. Scheiße. Da gab es den Faceball. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, das gefällt mir echt nicht, dass ich so wenig Leben habe, Alter. Das muss ich machen, Alter. Das wäre mega verschwendet jetzt. Das ist doch bestimmt irgendetwas, was 10 damage macht. Komm, ich muss das machen. Das fällt mir ganz und gar nicht, Alter. Da. 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 Bestimmt noch ein Feuerball oder irgendein Scheiß auf der Hand. Er hat damit doch noch laufen sollen, wie ich es mir schon gedacht habe. Soll ich es mir schon wiederholen kann, wie ich es mir schon wiederholen kann, wie ich es mir schon wiederholen kann. Oh, schadenvoll. Schadenvoll. Boah, ist der sinnvoll, Alter. Wieso bekomme ich so eine Karte jetzt, Alter? Das ist unfassbar. Nein. Ich bin hier natürlich wieder so eine Scheiße. Hä? Was soll das denn jetzt? Ach so, Freunden. Ach. Haule. Hüppi. 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 Danke. Danke. Eure Supes heilt doch eine Fresse, ey. Weiß ich bekomme diesen ganzen Kack am Ende, wo ich diese Scheiße nicht mehr brauche, ey. Das ist unfassbar. Halt das Maul, ey. Die Spiel benachteilt mich richtig hart, aber schon... Alter, einfach dein scheiß Maul, du dreckiges Arschloch, Alter. Ups. Das Spiel zackt richtig hart, Alter. Ohne Spaß, ey. Nach hinne. Weiß nicht, bekomme am Ende Bolva vor Dragon, oder wie der heißt da. Dieser Schmack oder jedes Mal bloß eins, wenn das Freund der Tatsuki stirbt. Am Ende. Sinnvoll. Alter, ohne Spaß, ey. Weg mit dem scheiß Spiel. Gut. Das war Multiplayer versus Nummer drei. Äh, ja. Wenn es dir gefallen hat, like da lassen. Hat mir nicht gefallen. Da war nach unten. Ja. Schreibt es in die Kommentare, wenn wir nochmal mit meinem Haarsturm spielen. Nein, sollen wir nicht. Also ich wäre dafür. Gut. Auf jeden Fall danke. Nein, ich kann es so gar nicht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, verpisst euch, Alter. Das ist die Beats. Das ist die Beats. Das ist die Beats. Das ist die Beats.